Musik Hallo innen! Schön, dass wir wieder eingeschaltet haben. Ich begrüsse euch heute zu einem Run im ersten Schnee. Einfach mal ein bisschen das Feeling vom Schneefahren haben. Ein bisschen spielen. Zwei, drei Trails. Wir wünschen euch viel Spass. Tschüss mit mir. Peace! Was geht's los? Der Trail kann ich reden, wenn ich ein oder zwei Mal gefahren bin. Das wäre geil. Jetzt können wir das Wappen. Oh! Wir sind in den Passagier. Schau mal nicht. Schau mal, geht das mal an. Einfach geil. Und weiter geht's. Das ist perfekt zum Fahrskill trainieren. Gleich gleich. Natürlich ist die Versinnigkeit etwas grösser. Dass die halt mal irgendwo hin bleibt. Aber... Das macht auf jeden Fall Fun! Ich brauche unbedingt einen 12er-Kran zu hinten. 11er finde ich immer einfach einen zu mager, wenn es steiler wird. Wie sehen ihr das? Was fahren die? Schreibt es doch mal in die Kommentare, wenn wir unten abhellen. Ohne E-Bike. Im Schnee. Ja, fahr lieber dort ab. Mir heisst so schön, wer sein Bike liebt, der schiebt. Let's go! Snow Paradise! Wow, bremsen! Okay. Holzgang. Yes! Super geil hier. Wow! Zwischendrin ein wenig. Yee, wheels spin! Und yes! First! Keine Spur! Ich kann einen anderen. Sick! Wie geil! Woho! Da ist rutschig. Keine Ahnung, wo ich da bin. Aber ich glaube auf dem Golfplatz. Wieder einmal mehr. Suche. Den Trail. Gewunden. Aber ich muss auch sagen, wir sind abdichtlich hier den Zugang zugemacht. zugemacht. Aber da geht's jetzt runter. Können wir mal schauen? Easy! Tranquil! So! 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 Weißt du auch, die andere? Ja! Ja! Okay! So! 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 Super lastig! Danke Gott! Ja! So! 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 Ui! 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 Das ist matschig! Ja, das war es vom ersten Snow Rite. Richtig geil gewesen, diese Saison wieder einmal im Schnee zu fahren. Es ist immer ein bisschen eine Gewöhnungssache beim ersten Mal, aber es ist wirklich super für Skills, für das Fahrhandling und es macht mega Spass. Durchauf, ohne E-Bike, ist nicht so lustig, aber durchab dafür doppelt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, aber gäst ihr nicht den Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch da zu lassen. Ich danke euch fürs Zuschauen, schön sind ihr bis jetzt dabei gewesen. Macht's gut, sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace. Outro